Guten Tag, liebe Gäste der Forever Akademie. Ich bin Pia Gerstenmeier und mit mir im Studio ist unser Trainer Ralf Langner. Hallo. Das heutige Produkt ist der Fast Break Bar mit der Artikelnummer 267. Wir haben dieses neue Produkt schon sehr sehnsüchtig erwartet. Ich kann Ihnen sagen, es schmeckt einfach köstlich. Man könnte diesen Riegel auch ohne Probleme als Praline verkaufen. Wir haben sie hier im Studio in solch kleine Streifen zum Probieren ausgelegt und kaum dreht man sich um, hatten die Kollegen sie auch schon wieder weggefuttert. Naja, da war ich nicht ganz unbeteiligt. Erdnusspraline könnte man auch sagen. Denn die natürliche Basis des Fast Break Bar sind fein gemahlene Erdnüsse, perfekt mit Meersalz abgeschmeckt. Und als nächste Hauptzutat kommt eine einmalige vier Komponenten Eiweißmischung. Und da wird es für die Sportler unter uns wieder richtig interessant. Die Basis aus Soja-Eiweiß wurde hier perfekt mit dem schnell bio-verfügbaren Molke-Eiweiß kombiniert. Und zwar als Molke-Isolat und Molke-Konzentrat. Aber mengenmäßig kommt nach dem Soja-Eiweiß eigentlich das immer beliebtere Calcium-Kaseinat. Als zusätzliche Quelle von Calcium gibt es über viele Stunden hinweg gleichmäßig hochwertiges Eiweiß ab. Übrig bleibt dann gesundes Calcium. 500 Milligramm genau. Und das sind 60 Prozent des Tagesbedarfs. Das Calcium ist im Fast Break im optimalen Gleichgewicht von 2 zu 1 mit dem zugesetzten Magnesium enthalten. Hm, das Calcium-Kaseinat ist aber auch noch aus anderen Gründen interessant für die Sportler unter uns. Denn der Körper bekommt durch dieses langsame Eiweiß so in den 8 Stunden nach dem Training eine gleichmäßige Versorgung mit hochwertigem Eiweiß in der langen Regenerationsphase. Bei reinem Molke-Eiweiß müsste man eigentlich direkt nach dem Training ein Drittel essen und dann nach 4 Stunden später noch einmal und dann nach 8 Stunden das letzte Drittel. Ein Leistungssportler plant seinen Tag vielleicht so, aber für uns ist das nicht wirklich realisierbar. Ja genau, Pia. Solche Rituale kann man sich mit den schnellen und langsamen Eiweißquellen des Fastback-Bars nämlich sparen. Also direkt nach dem Sport einen Riegel und fertig. Wenn Sie Muskelmasse aufbauen wollen, können Sie zu Hause dann eine ganz normale Mahlzeit noch einmal nachlegen. Aber Achtung, der Fastback macht ganz schön lange satt. Er ist also ein echtes Kraftpaket. Aber was ist mit all denen, die sagen, nun ja, Masse habe ich genau genommen eigentlich schon zu viel und dann noch an den falschen Stellen. Was machen denn die? Ja, aber der Riegel wurde nicht nur für sportverrückte Eiweißfanatiker wie Ralf konzipiert. Er ist einfach eine optimale Grundversorgung für den Körper mit allem, was er zum Leben braucht. Deshalb ist er auch der perfekte Mahlzeitersatz. Das heißt, Sie essen ihn anstatt einer Mahlzeit. Sie können aber auch, wie Ralf, immer mal zwischendurch nur ein bisschen von dem Riegel essen, über den ganzen Tag verteilt. Sie sehen hier in dieser endlosen Tabelle, wie viele Vitamine und Spurenelemente im Fastbreak enthalten sind. Der hohe Eiweißgehalt zusammen mit nur 220 Kalorien sorgt dafür, dass der Körper beim Hungern nicht anfängt, Muskelmasse abzubauen. Dadurch wird nämlich bei den Null-Diäten und Strengen-Diäten der sogenannte Jojo-Effekt verursacht. Und den können wir überhaupt nicht gebrauchen. Aber der Riegel kann noch viel mehr für Sie und Ihre gesamte Familie leisten. Er ist perfekt für die hektischen Tage, an denen einfach keine Zeit für richtige Mahlzeiten bleibt. Und er ist extrem langesättigend. Und die Mikronährstoffenmischung gibt enorme Kraft. Hier noch ein paar Hinweise. Der Riegel enthält für die bessere Aufnahme von Mikronährstoffen auch Aloe Vera Gel von Forever Living Products. Millionen Menschen von den jetzt 147 Ländern vertrauen der Kraft der stabilisierten Forever Aloe Vera. Dazu allein gibt es ja schon einen langen Akademiefilm von uns. Unbedingt mal anschauen. Aber auch die weitere Liste der Mikronährstoffe ist einfach fantastisch. Noch ein paar Beispiele. Wir haben hier 64% des Tagesbedarf an Phosphor. Genau. Wichtig für jede Energiegewinnung im Körper. Gebunden an die zusätzliche Calciumquelle Tri-Calcium-Phosphat. Richtig gut ist, dass Forever die Spurenelemente Selen, Kupfer, Mangan, Chrom und Molybidin in gelierter Form verwendet. Also wesentlich wertvoller, weil organisch gebunden. Die Spurenelemente sind wichtig für die Verstoffwechslung von Eiweiß. So wie all die Vitamine A, B1, B2, B3, B6, B7, das ist Biotin, B9 und B12 im Fastbreak alle wichtig sind. Vitamin C und E sind ebenfalls reichlich enthalten. Andere Produkte sparen sich gerne diese teuren Zutaten. Das macht in etwa so viel Sinn, wie ein Haus nur aus Backsteinen zu bauen, aber den Mörtel wegzulassen, der das Ganze zusammenhält. Eiweiß besteht aus den Bausteinen des Lebens und die brauchen Vitamine. Also liebe Sportler, es ist egal, wie viel Eiweiß man hier oben reinstopft. Wichtig ist, was ankommt. Ansonsten gibt es nur teure Blähungen. Man könnte auch sagen, ihr Geld verduftet. Naja, nicht so gut. Aber ein letzter und wichtiger Punkt noch für die Leistungssportler. Der Fastbreak Bar ist analysiert worden und steht als dopingfrei auf der Kölner Liste. Darüber hinaus ist der Riegel als Koscher und Halal zertifiziert. Diese beiden weltweit anerkannten Siegel stehen für Unbedenklichkeit und Reinheit. Und das verwendete Soja ist garantiert ohne Genmanipulation. Der Fastbreak Bar kompletiert also das Gewichtsmanagement-Programm von Forever Living. Er passt gut zu den Forever Lean Kapseln, die man vor der Hauptmahlzeit des Tages nimmt. Wenn Sie lieber einen eiweißreichen Shake genießen wollen, sind die Forever Shakes mit der Artikelnummer 19 und 21 genau richtig für Sie. Forever hat da noch viel mehr für Sie zu bieten. Aber da fragen Sie am besten den Menschen, der Sie auf uns aufmerksam gemacht hat. Fassen wir noch einmal die Vorteile des Forever Fastbreak Bars mit der Artikelnummer 67 zusammen. Er enthält vier verschiedene Eiweißkomponenten, alle wichtigen Vitamine und Spurenelemente für die Verstoffwechslung davon, er ist ein guter Mahlzeitsersatz im Gewichtsmanagement oder nach dem Sport zusammen mit einer Mahlzeit für soliden Masseaufbau im Kraftsport und enthält für die beste Verträglichkeit die stabilisierte Aloe Vera von Forever Living Products. Und er schmeckt. Super. 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 Super.